Berlin braucht die Siegessäule, weil sie in den 35 Jahren seit ihrer Gründung zu einer unverzichtbaren Instanz des queeren Lebens in unserer Stadt geworden ist. Berlin ist Magnet, Eldorado für viele queere Menschen aus Deutschland und mittlerweile aus der ganzen Welt. Die Siegessäule und ihr Online-Magazin schenken uns seit Jahrzehnten und nicht nur uns, sondern auch unseren Gästen und Zugezogenen Informationen, Unterhaltung, Ausgeh- und Veranstaltungstipps, Anlaufstellen für Hilfesuchende und vieles mehr. In der harten Zeit der HIV- und Aids-Krise hat uns die Siegessäule mit Information, Aufklärung, Beratung hilfreich zur Seite gestanden. Das darf man nie vergessen. Jetzt seid ihr, die queere Gemeinde Berlins, gefordert, unserem Sprachrohr etwas zurückzuschenken. Bitte, spendet ein paar Euro von dem Geld, was ihr im Moment leider nicht in Kneipen oder Clubs für Eintritt oder Drinks ausgeben könnt. Die Siegessäule hat's mehr als verdient.